ha dieses klatschen kennen wir noch oder finde gut dass nach a place from head direkt given up kommt oder hier kommt doch geben das ist auch cool dieses klatschen was man ja anfangs hört das hört man hier ja gar nicht mehr weil die zuschauer hier so durchdrehen ja Mir gefällt ihr kleiner Gesang hier. Klingt natürlich super schön, wenn die Fans da mitsingen. Einfach nur geil. Mics sind hier. Ja. Boah, der Ton war krass. Klingt natürlich super schön, wenn die Fans da mitsingen. Die kann den Song auf jeden Fall singen. Das klingt richtig krass. Ob sie es schafft, den 17 Sekunden Schrei durchzuziehen? Das musst du erstmal so hinkriegen. Das ist wirklich krass. Boah, das ist wirklich krank. Das ist wirklich badass. Das ist wirklich eine harte Zeile. Oh, what the fuck, ey. Ich hyperventiliere hier. Das ist wirklich krass. Das ist wirklich krass. Ja. Ich hyperventiliere hier.